Die neue Migrationsrealpolitik sieht vor, dass Leistungen für Asylbewerber drastisch gesenkt werden, um die sogenannten Pull-Faktoren auszuschalten. Zitat, es kommen zu viele Menschen nach Deutschland, die auf den Sozialstaat angewiesen sind. Die Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz summierten sich im vergangenen Jahr auf rund 6,5 Milliarden Euro. Darüber wollen wir diskutieren. Im Duell des Tages bei uns im Studio sind der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor und der Fraktionsvize-Vorsitzende der Grünen Andreas Autrett. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Es liegen also viele Vorschläge auf dem Tisch, die illegale und unkontrollierte Zuwanderung zu reduzieren. Kann die Kürzung der Sozialleistungen helfen, dass Asylbewerber Deutschland nicht mehr bevorzugt ansteuern? Herr Amthor, was sagen Sie? Ich würde sagen, ich habe aus der Koalition schon schlechtere Vorschläge gehört als jetzt diesen Vorschlag im Gastbeitrag von Christian Lindner und Marco Buschmann. Es ist in der Tat nämlich richtig, dass wir über ein Bündel von Maßnahmen reden müssen und dass wir auch darüber reden müssen, dass wir Pull-Faktoren, die unsere Sozial-Sicherungssysteme darstellen, reduzieren müssen. Das hat aber lange gedauert. Ich stimme mit einer Sache sehr überein, die der Finanzminister gesagt hat, nämlich, dass wir eine Realpolitik brauchen, eine pragmatische Politik, eine Politik, die auf Lösungen zielt. Und das, was Friedrich Merz immer wieder tut, ist ehrlich gesagt das Gegenteil. Weil es ist nicht pragmatisch und es ist auch nicht konstruktiv, zum Beispiel Menschen aus der Ukraine Sozialtourismus vorzuwerfen. Ach, das ist doch ein alter Schuh. Es ist auch nicht pragmatisch und es ist auch nicht konstruktiv, zum Beispiel die Frage in das Feld zu führen, ob wir uns wieder an Tilo Sarrazin orientieren sollten. Niemals. Ich werde nie zur dunklen Seite gehören. Friedrich Merz eskaliert rhetorisch. Ach, Herr Audretsch, sorry. Wir suchen pragmatische Lösungen, das ist der Unterschied. Also der Bundeskanzler, der würde, glaube ich, seine Stirn jetzt in große Falten legen, wenn er ihnen zugehört hat. Denn sie sind doch der leibhaftige Beweis mit diesem Diskussionsbeitrag, dass die Grünen keinerlei Bereitschaft haben, über einen Deutschlandpakt Migration und die notwendige Migrationswende in Deutschland zu reden. Sie hätten da nichts mehr tun können. Sie arbeiten sich irgendwie ab an Interviews von Friedrich Merz, statt die Probleme im Land zu adressieren. Und wenn Sie sagen, Sie wollen die Kommunen vernünftig ausstatten, da kann ich nur sagen, die Menschen in diesem Land wollen nicht, dass hier immer mehr Geld von deutschen Steuerzahlern aufgewendet wird, um immer mehr Containerdörfer und Flüchtlingsunterbringungsstätten zu schaffen. Sondern die Leute wollen, dass der Zuzug in unsere sozialen Sicherungssysteme begrenzt wird. Aber er verlangt Unmögliches. Dazu brauche ich mehr Männer. Und ich will vor allem, Sie haben drei Punkte aufgemacht, auch das Thema, weil es diese Woche ja auch im Kabinett relevant sein wird, die Frage aufwerfen, wie ist es eigentlich mit dem Zugang zum Arbeitsmarkt. Schon heute können in der Regel nach drei Monaten Flüchtlinge, die zu uns kommen, arbeiten. Sie tun es aber nicht, weil das Bürgergeld und das Asylbewerberleistungsgesetz viel zu viel Anreize schaffen, nicht arbeiten zu gehen. Du junger Nach, erst jetzt, da dein Ende naht, hast du die Dinge erkannt. Wir haben schon heute in unserem Land, und diese Zahl, die ist doch wirklich frappierend, wir haben über 400.000 arbeitsfähige Asylbewerber, die arbeiten könnten, teilweise einen gesicherten Status haben. 400.000 Flüchtlinge, die jeden Monat 400 Millionen Euro Bürgergeld für die deutschen Steuerzahler kosten. Und das ist unseriös, dazu sagen, dass sie das Problem lösen mit mehr Arbeitszahlen. Das, was Sie tun, ist, Ihre Augen vor der Realität zu verschließen. Alles klar? Okay, sei jetzt auf Draht. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann sind das 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine, die bei uns sind, die dort vor Krieg geflohen sind. Die nächste große Gruppe ist 79.000 aus Syrien. Da sieht man die Größenordnungen, in denen wir reden. Wollen Sie sich dafür aussprechen, dass Menschen, die in der Ukraine vor dem Krieg fliehen, in Deutschland nicht mehr Zugang haben? Nein, das lasse ich mir von Ihnen auch nicht in den Mund legen. Das ist die ganz große Zahl von Menschen. Das ist Populismus, den Sie da betreiben. Alles, was sich bis jetzt zugetragen hat, ist nach meinem Plan geschehen. Was in den Kommunen gerade als Problem aufschlägt. Und das ist ein Grund dafür. Sie vermengen das. Das lasse ich mir auch nicht. Das, was wir tun müssen, ist dafür zu sorgen, dass in den Kommunen die Möglichkeit ist, das zu bewältigen. Und die Frage, die Frage, die Frage, ja, genau. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Aber dann muss es doch klar sein, wenn eine Million Ukrainer kommen, dann kann man nicht noch ungesteuert 300.000 Asylbewerber aus allen möglichen Armutsregionen dieser Welt holen in dieses Land. Und dann wäre da auch nochmal ein Punkt, über den wir da sprechen könnten, eben um halt die Migration in den Griff zu bekommen. Da ist ja nicht nur auch die Höhe der Zahlungen des Bürgergeldes, spielt da ja auch eine Rolle, sondern die Form. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Bargeldzahlungen auch dazu geführt haben, dass Migranten teilweise das Geld zurück in die Heimatländer überwiesen haben. Oder dass Schlepperbanden damit bezahlt werden. Wie geht's jetzt weiter, Kumpel? Das ist doch eine schöne Nebelkerze. Sie reden über Asylabkommen sozusagen mit Drittstaaten, das wollen wir auch. Hätten Sie mal angefangen, hätten Sie mal angefangen damit. Ja, übrigens, als wir regiert haben, als wir regiert haben, waren die Zahlen im Griff im Gegensatz zu dem, was wir jetzt erleben. Wir erleben im Moment bis zu 1000 Flüchtlinge am Tag. Und bei Ihnen, das sieht man ja durch diese rhetorischen Nebelkerzen, die Sie hier werfen, keinerlei Veränderungsbereitschaft. Und ich bin in großer Sorge, wenn ich Ihre Politik von grüner Ideologie in der Migrationspolitik ansehe und wenn ich sehe, wie die Menschen darauf reagieren, dann sind Sie im Moment eine echte Gefahr für die Akzeptanz des Asylrechts in Deutschland. Das ist ein Riesenproblem. Die Leute sind an den Grenzen des Verständnisses und es würde Ihnen doch gut zu Gesicht stehen, wenn Sie hier einfach mal klar sagen, wir haben zu viel illegale Migration nach Deutschland, die Zahlen müssen runter und dafür kommen die Grünen aus ihrer linken Ecke und das tun sie nicht. Ich hätte gerne mal einen pragmatischen Vorschlag, den Sie wirklich umsetzen wollen. Ich habe nochmal nachgeguckt, Sie wollen Transitzonen an den deutschen Grenzen, das heißt Schlagbäume nach Polen, das heißt Schlagbäume, große Gebäude. Nein, das heißt keine illegale Einreise. Sie wollen, dass jemand mit dem Zauberwort Asyl nach Deutschland und in die sozialen Sicherungssysteme kommt. Das ist Ihre Vorstellung. Deswegen setzen wir europäisch an. Ja, aber es funktioniert doch nicht. Das ist doch ein Placebo, was Frau Feser da ausgehandelt hat. Gehen Sie mal in die Grenzregionen. Fragen Sie mal im Saarland, fragen Sie mal, was in beiden Richtungen in Schweiz passiert. Fragen Sie mal, was zum Beispiel Richtung Polen passiert. Die Menschen in den Grenzregionen wollen ein offenes Europa. Das ist traurig, Herr Audrecq. Sie reden hier, als wären wir nicht in einer Migrationskrise und das gefährdet die Akzeptanz des Asylrechts. Der Bundeskanzler hat sich aber auch für Abschiebungen im großen Stil ausgesprochen, Herr Audrecq. Und er ist äußerst ungehalten darüber, wie langsam Sie hier offensichtlich vorankommen. Das ist ja nun Ihr Chef sozusagen. Also ich habe den Eindruck, Sie haben die Medien nicht verfolgt die letzten Monate. Reden Sie mal mit der FDP, reden Sie mal mit der SPD. Und Sie agieren hier, als seien wir in einer Situation, wie vor irgendwie x Monaten. Die deutsche Volkswirtschaft ist wirklich an dem Rande der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, auch durch diese Sozialausgaben. Und Sie lernen nichts daraus. Wird er je beenden, was er beginnt? Das wird nicht funktionieren. Die Frage ist ja immer, ob es pragmatische Lösungen gibt. Und wir haben jetzt einen Vorschlag vorliegen, der jetzt ins Parlament gekommen ist. Den werden wir im Einzelnen prüfen. Da sind verfassungsrechtliche Fragen zu prüfen. 600 Abschiebungen, das löst gar nichts substanziell. Danke, dass Sie es gesagt haben. Das ist ein Vorstoß, der ist als Baustein wichtig von Seiten des Kanzlers gewesen. Wir prüfen die Einzelheiten dazu, was man dazu im Parlament noch verändern muss. Jetzt haben wir es überstanden. Überstanden. Aber die Lösung wird kommen dann, wenn man zum einen im großen Blick mit Migrationsabkommen Ordnung in die internationalen Fragen bringt. Und wenn man gleichzeitig Menschen hier in Arbeit bringt. Weil den Krieg in der Ukraine, die 1,1 Millionen Menschen, die von dort nach Deutschland gekommen sind, die wollen Sie ja nicht ernsthaft nicht mehr in Deutschland haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sagen, die sollen in den Osten der Ukraine zurück. Und das ist unseriös. Sie belichten die Ukrainer, um ihre Armutsmigration aus Afrika zu rechtfertigen. Schauen Sie sich die Zahlen einmal an. Werden Sie mal seriös. 1,1 Millionen aus der Ukraine. Die nächstgrößere Gruppe, 79.000 aus Syrien. Da hat übrigens auch Putin gebombt. Das heißt, auch dort ist ein Krieg. Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Ja, deswegen stehen wir auch zu unserer humanitären Verantwortung. Dann haben wir die größte Gruppe, 1,1 Millionen. Die zweitgrößte Gruppe, 79.000. Damit müssen wir uns befassen. Das ist Realpolitik. Das ist pragmatisches Hinschauen, was passiert. Und ein Wahrnehmen der Realität, die wir weltweit haben. Sie verschließen die Augen und versuchen mit rhetorischer Eskalation eine Stimmung in Deutschland aufzuheizen. Die wir dann wieder mühsam mit pragmatischen Lösungen in eine Lösungsschiene bringen müssen. Ihr irrt euch diesmal gewaltig. Denn mich könnt ihr nicht bekehren wie einst meinen Vater. Es wird Ihnen nicht gelingen mit diesen kleinen Schritten und mit Ihrer grünen Ideologie. Das ist das, was ich Ihnen vorwerfe. Und das ist das, was auch eines Vorsitzenden einer christlich-demokratischen Union, Friedrich Merz, nicht würdig ist. Nicht rhetorisches Eskalieren, pragmatisches Lösen. Sie reden über Sprache. Sie reden über Sprache. Wir reden über ein Lösen der Probleme in diesem Land. Und das ist der große Unterschied. Ihre grüne Ideologie, die macht die Rechtspopulisten stark. Und das ist doch das große Problem. Sie merken nicht, dass es für Ihre Ampelpolitik keine Akzeptanz mehr gibt. Auch ich empfinde das so. Wir haben einen neuen Feind. Wir haben übrigens, lesen Sie die Vorschläge, die Friedrich Merz, die Bundeskanzler, übergeben hat. Ja, damit würden wir die Probleme lösen, Sie akzeptieren das. Von Herrn Lindner und Herrn Buschmann, weil da sind wir jetzt so ein bisschen weggekommen. Die haben ja nun jetzt konkret vorgeschlagen, die Geldleistungen sollen runtergefahren werden. Es sollen für Flüchtlinge, die keine Chance auf Bleiberecht haben, da soll also gar nicht mehr so viel gezahlt werden. Und für die, die eigentlich ausreisen müssen, da sollen nur noch die Rückreisekosten bezahlt werden in andere EU-Staaten, wo sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Ist das nicht letzten Endes ein seriöser, realistischer Vorschlag? Ja. Er wäre von großem Wert für uns. Lässt sich das bewerkstelligen. Herr Buschmann und Herr Lindner haben eine Sache sehr richtig gesagt. Und das ist, dass das verfassungsrechtlich alles sauber sein muss. Und wir haben sehr detaillierte Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für den persönlichen Bedarf, für den Bedarf. Und der liegt übrigens deutlich tiefer als das, was wir im Bürgergeld zahlen. Das ist knapp über 400 Euro insgesamt. Und insofern ist die Idee, dass wir Flucht und Migration an der Stelle lösen können, absurd. Du kannst mir Flucht erzählen, wenn der Tag lang ist. Wiss, was der Bart immer sieht, wird gleich kann glotzen. Wenn Menschen im Osten der Ukraine vor Bomben fliehen, Moment, vor Bomben fliehen, dann ist nicht die Idee in dem Moment, wo ich die beste Parodontosebehandlung kriege. Wer so mit Krisen deutschlandweit umgeht, das ist die Union, die das macht. Das ist nicht die Art und Weise, wie man realistisch und pragmatisch auf Fragen schaut, die sich in dieser Welt stellen. Ich finde alle, sie bringen die Bundesregierung dadurch zum Scheitern. Und jetzt könnte ich, wenn ich zynisch wäre, als Oppositionspolitiker sagen, nur zu. Sehr gut. Lass dich vom Hass übermannen. Nur weiter mit dem grünen Irrsinnsritt in die ideologische Migrationspolitik. Machen Sie das, arbeiten Sie sich an Friedrich Merz ab, damit lösen Sie kein Problem dieser Welt. Bereit bist du? Von bereit sein, was weißt du davon? Ich kann Ihnen nur sagen, Sie sollten die Zeichen der Zeit erkennen und sagen, es geht, wenn man überhaupt eine weitere Stärkung der Rechtspopulisten in diesem Land vermeiden will. Das ist der Name deines Wahren selbst. Du hast es nur vergessen. Ich weiß, es ist noch viel Gutes in dir. Der Imperator hat nicht alles, was gut war, in dir zerstört. Geht es nur, indem man Probleme löst, indem Sie das zusammen mit der Union machen und nicht, indem Sie hier ein Popanz aufbauen und so tun. Als seien alle Probleme aus irgendwelchen Gründen nicht möglich. Sie benutzen die Ukrainer, um hunderttausendfachen Asylmissbrauch aus Nordafrika zu rechtfertigen. Komm R2D2, wir verschwinden hier. Und das ist das erhebliche Problem. Sie tragen doch zu den echten Problemlösungen hier gar nichts bei. Und damit wird Ihre Regierung scheitern. Wenn Sie sich auf diesen ideologischen Standpunkt stellen, braucht es Neuwahlen in unserer Rechte. Wir haben in der Koalition immer Lösungen gefunden. Das zeichnet, glaube ich, auch am Ende. Sie haben bisher kaum Lösungen gefunden. Deswegen stehen Sie auch da, wo Sie stehen und haben seit einem Jahr keine Mehrheiten mehr. Ihr habt versagt, Hoheit. Von Ihnen eine Situation geerbt, in der wir massiv abhängig waren. 16 Jahre sind jetzt vorbei nach zwei Jahren. Massiv abhängig waren von russischem Gas. Wir haben Deutschland durch diese Krise gebracht. Immer waren alle Fabriken ablaufen. Das sehen die Menschen anders. Alle Wohnungen waren immer warm. Diese Koalition hat zu jeder Zeit Lösungen gefunden. Und ich sage Ihnen eins, sie wird auch in diesem Fall gute Lösungen finden. Viel Freude dem Bundeskanzler mit diesen Grünen. Furcht ist der Part zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass führt zu unsäglichem Leid. Vielen Dank für dieses TV-Duell am heutigen Tag, Herr Amthor und Herr Audretsch. Dankeschön. Vielen Dank für's Zuschauen.